Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu... Drackensang. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession eine Räuberbande ausgehoben für die andere Räuberbande. Da uns Humbert ein bisschen netter vorkam als... Isar nochmal der andere. Das habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ronquor. Bei Ronquor ist Leute uns ständig an die Kugel gehen wollten. Und Ronquor einiges unfreundlicher war als Humbert. Und die Leute ja scheinbar eine einigermaßen vernünftige Meinung von... ...Humbert haben. Also dass er hier zwar Wegzoll verlangt, aber dafür auch für Ordnung gesorgt hat. Ja, gehen wir... ...haben wir uns entschlossen, ihm zu helfen. So mehr oder weniger. Wir könnten da jetzt natürlich auch noch immer... ...noch ihm in den Rücken fallen und ihn töten. Aber auf seinen Kopf ist garantiert auch eine Belohnung ausgesetzt. Aber sind wir mal nicht so. Wir müssen auf jeden Fall Zeug verkaufen. So, hallo, Mert. Ach, du bist es. Was geht's? Ronquor guckt sich künftig die untere Seite des Waldes an. Du hast ihn abgebokst? Wunderbar. Hier, neben deine Belohnung, Gleitung, Mert. Hält sein Wort. Oh, ist nicht so viel, aber ich leg dir noch was drauf. Der Schlüssel zu unserem Lagerraum in der Ruine. Oh, den gibst du mir einfach so? Naja, das meiste hatten wir dann doch noch irgendwie rausschaffen können. All dem Chaos und Geschrei. Es sind zwar noch einige wertvolle Sachen dort, aber die sind es nicht wert, ...mir von diesem kaputzen ihren Herz und Gedärm rausreißen zu lassen. Außerdem, wenn du den Schlüssel verwenden kannst, bedeutet das ja, dass du es reingeschafft hast. Und dann können ja auch wir wieder zurückkehren. Ho, ho. Mhm. Bestehen können wir da aber trotzdem noch. Also ja, wir haben die Aufgabe, Eindringlinge abgeschlossen. Humbert hat sein Wort gehalten. Als Belohnung hat er mir einen Schlüssel in seiner Schatzkammer in der Burg gegeben. Und ein paar Dukaten wahrscheinlich. Wir sollten natürlich das hier benutzen. Oh, und Flügelhelden. Hm. Nietenarmschienen. Und Kettenhandschuhe. Oh, die sind gar nicht mal so unpraktisch. Spitzhut ist, naja. Okay, sie hat schon die Armschienen. Das heißt, du kannst Lederarmschienen tragen. Gut. Wow, wir haben viele Albenbären. Wir haben sehr viel Zeug zum Verkaufen. Der Flügelhelm sieht zwar etwas stylischer aus, aber dadurch, dass der Backenhelm auch noch den Rücken schützt, ist er noch etwas besser. Oh, die hat schon erhöhen, nicht mal die Last. Ein Zwerg, ein Wort. Ja, dunkle Lederhosen. Gut, eigentlich bei allen alles soweit. In Ordnung. Gut, das heißt, wir lassen Humbert mal am Leben. Er war ja sehr großzügig. Nebenbei könnte ich bei mir feilschen... Nein, kann ich nicht steigern. Ich könnte aber meinen Mut mal ein-Mut erhöhen. Bis jetzt hat nur sie das nächste Level erreicht, ja. Hier wollte ich ausweichen, Stufe 2 beibringen, soweit ich mich erinnern kann. Nee, da wollte ich draufklicken, ja. Und sie braucht den Scharfschützen. Ja, das können wir beides bei der... Ja, da wir eh zu Mawler müssen. Und all wen da rumgeistern sollte bei ihrem Lager. Ja, da muss ich noch mal sehen. Ach, da sind doch ein paar von Rockworts Handlangern unterwegs, die wohl nicht im Lager waren. Na kommt, um die kümmern wir uns noch. Das sind ja nur vier Stück. Hä, hä, hä? Wie die es auch immer schaffen, ineinander zu stehen. Willkommen bei einem Ball los. Da sindzneimittelueden. Wenn ich, jetzt nehmt! Ну ich hyvin! Chancen comet. das sind noch mal erfahrungspunkte für uns das bin ich und geld und zeug zu verkaufen und ja ich habe sehr viel zeug mittlerweile zum verkaufen ein wundpulver bereits mal davon benutzen schadet ja nichts mal kurzzeitig so die regeneration ordentlich zu boosten hier sind wir irgendwie dran vorbei ja ja hier können wir auch irgendwie außen um die steine und hier ist die natürliche brücke über den fluss da sind noch mehr von rock was hat langer also man merkt rock war hat noch sehr viele leute im bald verteilt diesmal sind es aber nur drei ich versuche mein bestes folgt mir komm schon das hat wenigstens verkleidet ist für ein level abgereicht wie sieht es eigentlich bei dir mit pfeilen du hast bald keine pfeile mehr die da habe ich noch nicht verbände zu dir ja ich will keine tochter satwarias mehr sein wenn ach ja was ich noch wissen wollte ja kannst du mir was über die jagd beibringen genau also du lernst jetzt scharfschütze das hilft uns schon mal sehr du lernst ausweichen adlerauge luchsen ohr ja die zauber fähigkeits punkte also talent sinnesschärfe plus eins plus zauber fähigkeits punkte durch zwei erhöht die sinnesschärfe erhöht die sinnesschärfe erhöht die sinnesschärfe erhöht die sinnesschärfe also die hälfte der zauber fähigkeits punkte meister schluss ist aber auch sehr schön sauber fähigkeits punkte durch drei und erhöht den fernkampf schein auch noch um zwei also ja eigentlich solltest du das lernen und dann auch gleich mal steigern und balsam steigerst du auch mal bitte ein bisschen so falk im auge meisterschuss ersetzt dann mal diese den sanftmut weil so effektiv ist das der leider nicht die ist ja auch nicht gruselig bis später mauler du bist freund von albis ja gut eigentlich sollten wir jetzt mit josamine reden auf der anderen seite sollte ich aber erst einmal in den erst einmal geben wir punkte aus nämlich bei dir für armbrust und ruhig betören lasst das mal vor grimm machen und vor grimm äh pappen wir punkte in zwergnase dann natürlich in hiebwaffen und selbstbeherrschung damit du uns nicht so leicht umfliegst oder ja erst mal so ja ich selber feilschen einen punkt warum auch immer ich den jetzt da reinpacken kann so die hexen des dunkelwaldes sprich mit heidrona heidrona die älteste und weißeste der hexe des dunkelfors sie ist wohl die einzige die übergegnung macht verfügt um den wald zu durchbrechen ich muss zum hexentanzplatz denn nur dort kann ich sie herbeirufen hoffentlich wird sie meine bitte erhören rufe heidrona wie beruft man eine solch mächtige hexe der hexentanzplatz ist ohne frage der richtige ort dafür aber es muss auch eine art ritual geben nur welches ja das wollte ich dann josemine fragen